Musik Hey Bello, bleib doch stehen! Nein, ich will nicht! Ich will dich doch schick machen, warum läufst du denn weg? Ich habe keine Lust auf Locken, ich bin ein Hund, kein Frisierkopf! Oh Mann, ist ja gut! Vielleicht möchte ja Papa Friseur spielen! Papa, darf ich dich frisieren? Ja klar, wenn ich da bei Zeitung lesen kann? Ja klar! So, erstmal kämme ich dich! Aua! Papa, was machen wir am Wochenende? Du weißt ja, es ist Family Zeit! Ja, stimmt, du hast recht! Ich gucke mal, ob ich was Cooles hier in der Zeitung entdecke! Oh ja! Oh wow! Was denn? Wow! Was ist denn? Es hat ein neues Spiele-Center aufgemacht und es gibt dort Mystery-Boxen! Das hört sich ja spannend an! Oh ja, können wir da hin? Na, auf jeden Fall! Wo wollen wir hin? In ein Spiele-Center! Da gibt es Mystery-Boxen! Cool! Na, seid ihr alle bereit? Ja! Ja! Dann ab, die Luzi! Wow, ist das cool hier! Ja, das ist echt cool hier! Ihr kriegt mich nicht! Na klar, gleich haben wir dich! Nö, versucht es doch mal! Wo ist der hin? In welche Richtung ist der gelaufen? Vielleicht in die! Ich sehe ihn nicht! Oder doch die andere? Na Kinder, Lust auf eine Extra-Runde? Ja! Alles klar! Da sind die Mystery-Boxen! Ja, stimmt! Die wollen wir natürlich ausprobieren! Greta, bist du dabei? Na klar! Oh, ich sehe zwei Mutige, die in unseren Mystery-Boxen möchten! Was genau passiert denn da? In den Boxen warten eine Menge tolle Überraschungen auf euch! Aber nur, wenn ihr auf den richtigen Button drückt! Dann kommt was Leckeres von oben! Wenn ihr allerdings einen falschen Button auswählt, kommt eine nicht ganz so schöne Sache! Und? Wie kommen wir aus den Boxen wieder raus? Dafür müsst ihr den richtigen Exit-Button finden! Und der Schnellere von euch gewinnt einen Gratis-Besuch bei uns! Okay, cool! Alles klar! Dann los! Es kann losgehen! Welche Farbe nimmst du zuerst, Greta? Ich nehme Gelb! Und? Riesenpopcorn! Lecker! Yum, yum! Ich liebe Popcorn! Dann nehme ich auch Gelb! Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Anna das Gleiche bekommt! Röstzwiebeln? Ich dachte, ich bekomme auch Popcorn! Jetzt drück ich mal Rot! Wow, Smarties! Hat Greta ein Glück! Ich nehme nicht die gleiche Farbe wie Greta! Ich nehme mal Blau! Salzgurken? Igitt! Wieso bekomme ich hier richtige Sachen? Bin ich in der falschen Box? Das ist reiner Zufall! Okay, einmal versuche ich es noch! Jetzt nehme ich Pink! Mal gucken, was da kommt! Müsli-Kugeln! Wie lecker! Fehlt nur noch die Milch! Oh Mann, Greta hat schon wieder was Gutes! Wann kriege ich denn mal was Leckeres? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Milch? Oder ist es Sahne? Bäh! Mann, ich habe keine Lust mehr! Oh je, arme Anna! Oh nein, Anna hat die Milch bekommen? Ich möchte hier raus, bitte! Du musst erst den Ausgangsbutton finden! Ach, da war ja was! Ich nehme noch mal Pink! Zuckerwatte, ich liebe Zuckerwatte! Was? Wieso hast du so viel Glück? Welche Farbe hatte ich denn noch gar nicht? Ich glaube Grün, oder? Äh, was ist das? Ist das Mehl? Nein, das ist Brausepulver! Juhu! Endlich mal was Leckeres! Brausepulver? Cool! Vielleicht erwische ich auch welches! Oh nein, was ist das? Wonach schmeckt es denn? Äh, das ist scharf! Das ist bestimmt eine Salsa-Soße, die mag ich ja gerne! Ich hasse scharfes Essen! Nächster Versuch! Marshmallows! Lecker! Die hätte ich auch gerne! Ich glaube, ich versuche es auch gleich mal! Lass mal lieber, zwei verschmierte Kinder reichen mir vollkommen! Und wer weiß, was da noch alles so unterkommt! Jetzt drücke ich meinen Inksknopf hier! Wieso kommt nichts runter? Greta! Du hast es geschafft! Glückwunsch! Oh Greta, hast du es gut! Ach, ich fand es gar nicht so schlimm! Du hast ja auch viel Glück gehabt mit deinen Sachen! Naja, am Ende kam ja doch schon noch was Schlimmes! Mensch Greta, siehst du aus! Ob ich jemals deine Sachen sauber bekomme, weiß ich ja nicht! Ich muss jetzt auch den Exit-Button finden! Mal gucken! Irgendwo muss er doch sein! Ihhh, was ist das? Honig? Och ne, das klebt aber! Ich mag nicht mehr! Du musst den richtigen Knopf suchen! Mach ich ja! Vielleicht ist es der hier! Puffreis? Euer Ernst? Jetzt klebt der ganze Puffreis an mir! Du siehst ja lustig aus! Juhu, du hast es geschafft! Yeah, endlich! Du siehst ja aus! Das ist ja fast schlimmer als bei Greta! Wie ein buntes Hühnchen! Und du, Greta, wie eine Tomate! Das hättest du lieber nicht sagen sollen! Ihr werdet doch nicht! Oh doch! Nein, nicht! Nein! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen! Gebt uns gerne einen Daumen hoch! Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!